Was sind sie wert, diese griechischen Versprechungen? Immerhin haben diese Typen uns schon bei historischen Fakten belogen. Die behaupten kackdreist, ihre olle Akropolis wäre 2500 Jahre alt. Diese RTL-Historikerin hat ernsthafte Zweifel. Konstantina, wie kann das denn funktionieren? Wir haben doch erst 2000 Ölfe. Da kann doch noch nicht 200.000 Jahre alt sein. Das hört sich schon komisch an, wenn man 2500 Jahre hört, ist die Akropolis alt. Und man schreibt erst das Jahr 2011. Das ist schon ein bisschen strange.